SIRGA! Können wir auch normale Rennen, meinetwegen, machen wir. Meinetwegen auch. Ich würd diese... Wir kriegen dann noch mal dieses Clowns-Rennen, weißt du? Die Sprung-Rennen würden mich... Oh, das Clowns-Rennen war geil. Interessieren. Was ist denn hier? Bonus auf der Acht, zum Beispiel. Komm, Jetlag! Einmal noch! Nee, kein Jet-Rennen, kein Jet-Rennen. Nee. Komm... Du bist über... Tja, muss damit leben. Du brauchst auch gerne etwas Kraft. Mama, Mama, Mama... Aber dafür kriegt ihr GTA-Rennen. Piro bloß so abfacken... Piro bloß so abfacken... Fucking GTA-Rennen. Mach eigene Fahrzeuge aus! Ja, eigene Fahrzeuge aus... Ja, ich geh die Liste von oben nach unten durch, keine Sorge. Ok. Fast. Weiter. So nach dem Spiel muss ich ne Pinkelpause einlegen. Äh? Kein, kein Team rennen, noch kein Team. Warum, warum? Ja, ich hab Scheiße. Mir ist Wurst. Ich bring euch alle auf, ganz einfach. Cheers! Cheers! Was soll einer am Bier saufen oder was? Leute! Nehmt euch wenigstens ein bisschen. Das ist doch gepflegte Unterhaltung hier. Ja, das Niveau sinkt. Das ist deine Muttersprache, ich weiß. Alle Zentorno, ne? Ja, zu spät. Warum wollt ihr immer den Zentorno? Weil der Zentorno ne gute Beschleunigung hat. Mit den engen Kurven kommt es darauf an, gut daraus zu beschleunigen. Was, mit Waffen? Jo. Ach, ist auch schon angekommen bei dir. Dann muss ich mit Tastatur und Maus spielen. Ja, dann muss ich auch mit Tastatur und Maus spielen. Das geht nicht anders. Dann spiel ich mit dem Holzknüppel. Deswegen verliert er auch. Dann spiel ich mit dem Holzknüppel, ja. Ich spiel mit Joystick, ne? Alter, ich spiel mit dem Toaster. Und ne 1 von 3. Ich spiel mit dem Holzknüppel. Ich spiel mit dem Holzknüppel. Ich spiel mit dem Holzknüppel. Frisch! Mann, nicht so nahe, nicht so die Kurven schnippeln. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Kann nur hier wohl sein. Tata! Tata! Ey, so was kann nur der Hero machen, ey. Ohhhh, ich wollte doch gerade krank sein. Du wolltest auch schießen, oder? Ja. Nein, jetzt bin ich ja Zweiter. Ja. Ja, ich bin nix da. Oh, hab ich nen Reifen geschlossen? Nein, da reißt doch nicht. Ich bin denn abgerufen. Tastatur, wie schießt man da überhaupt? Wie ist der Maus am Verklicken? Ernst, Ego? Verschwinde hier, Ego. Ja. Oh, ich fahr auch auf Felgen. Oh, das war knapp. Für 3s ist ich hier der Stadio, ne? Oh, oh, I love it! Hahaha, Ego! BUNDLE 2 fand ich. Okay, Megkartafel ist beim nächsten Rennen mit frei. Cool. Nein, Alex. Ja, da hat mich einer gedreht. Piss dich da vorne, Alter. Wer auch immer da vorne ist, er flüchtet gewaltig. Ja, du hast den Platz bis... Hm? Hm? Alex ist es. Alter, wer ist hier die... Mann, ey! Irgendwie kann ich auch keine Waffen auswählen mit dem Schein... Du bist ein... ...Schmuck. Wow! Da explodiert. Weiß auf, wenn ich dich kriege, du. Wen denn? Dich hier oben. Wieso? Wie denn? Da ist doch gar nichts... Alex war schön mit dir. Oh, der Hero hat so eine Bestleistung. Sehr schön. Der alte Skiller. Der alte Skiller. Ich komm nicht ran da vorne, das ist... Ehrlich gerade. Ja, ey, ist klar, wir haben eine Rakete nach hinten abgefeuert, oder was? Ja, klar. Leider verpasst, Hero. Hast du das gehört, oder was? Ja, leider. Hast du das gehört, oder was? Was? Ich hab auch mal 500 auf mich gewettet, das ist ein Hirt, ne? Ich hab auch gewettet, aber ich was dann für... Okay. Ich bin am Punkt vorbeigefuckt. Ja. Auszeichnung, Abzucker. Irgendwo. Irgendwo. Ja. Das war nicht der letzte. Das war der vorne, ja. Das hat aber noch Vorsprung. 17 Sekunden, fuck. Schaff ich nicht. Sag mal nutz dich, du warst doch grad vorhin noch Erster, oder? Ja, klar. Ja, klar. Aber irgendwie kann ich auch keine... Die Raketen, die ich eingesammelt habe, kann ich nicht auswählen irgendwie, komischerweise, per Tastatur. Einfach E drücken. Wie hasse ich... Warum bin ich nicht was hier gefuckt? So, ich bin jetzt pinker. War einer noch troll, ey. Du hast mich zwar gesehen, aber nicht getault. Ja, du wärst auch alle Jahre aufs Minen herangekommen. Und dann... Ich steh direkt vorm Ziel, nie beendet. Ein Teufelskreis. Minus 2000 EU, würd mich ja abfacken. Ah, mehr als Kartoffel ist auch... Alex meint mich. Mich nutzt dich. Teil, was zieht grad um. Ja. Pilo, warum hast du gerade den Scheiß wellen genommen, wenn du so gut fahren kannst? Der ist grad aufm Klo, man. Ach so. Der hat doch echt passabel das Rennen gemacht. Warum hat er denn... Was haben wir jetzt genau? Ich hab gewonnen, das Vote. Ne, ich hab aktualisiert. Da! Punto! 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 Ah, das gewinnt doch noch. Ich hab Fahrrad gewollt. Wie war ich mit diesem Scheiß Punto, ey? Du, das ist Handvollwolle ich. Geil. Start mal einer der Merkens-Kartoffel ein, bevor wir starten. Ja. Kann ich mal eben eine Raucherpause machen, oder was? Ne, Raucherpause gibst du nicht. Ne, Raucherpause gibst du nicht. Ne, Rauch. Mach. Mach. Ah, ich bin mal eben ein Rauchen. Startechnen. Kompakt. Aber unten rechts steht, dass 51 Sekunden gewartet wird, ne? Nehmen wir alle den Mini. Man kann den Eimer verlängern. Wie denn? Steht da auch unten gleich. Ja, irgendwo steht das. Ich glaub... Der Gittel ist der Horst. Ja, ich bin der Horst. Wer kommt jetzt nochmal? Tastatur. Ne, das ist Kartoffel. Aber Axorian, wer ist das? Ich kenn Kartoffel. Ich hab den nicht eingeladen. Ich hab nur Kartoffel eingeladen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder offen. Spiele der Suche offen. Ja. Fick den mal. Mach mal geschlossen und kick den mal. Ja, Moment. Ich scheiße. Nein, wir wollen hier keine Fremden. Doch, wir vergewaltigen den. Alter, wir wollen hier keine Fremden. Wie bliebst du denn drauf? Wer ist wirklich willkommen? Wir vergewaltigen den. Nein. Doch. Wir wollen alle nicht das Rennen. Wir krammen ihn einfach so. Wie kann ich hier Sachen verlängern jetzt hier? Die Anleitung? Steht. Freik oder so. Steht das nicht hier unten irgendwie? Nein. Auswählen, beenden. Ist aber, geht aber nicht. Doch, geht los. Ja, da muss Alex Kars. Nein. Der muss jetzt finalieren. Kennt der. Kennt der. Wir nehmen alle den Mini. Ja, bei Bayer ist die Figarette nochmal. Das ist eigentlich die ganze Zeit Mini. Wir müssen den noch nehmen. Hier den Panto. Panto, oder? Wir müssen den nehmen. Wir haben keine Wahl. Ja, geil. Geile Sache. Geile Sache. Fert nicht. Danke Alfred. 10.000 auf mich, ne? Ich hab 20.000 auf mich gesetzt. Safe bet. Geht gar nicht. 20.000. Ganz nicht. Echte Euros, ja. Echte Euros, ja. Wir sind die drei, die wetten. Die anderen wetten, ne? Hero, immer die echten Euros. Ich hab jetzt das letzte Spiel, hab ich immer gewettet und hab direkt gewonnen. Ich hab einen Roseness ausgewählt. Wieso ist das jetzt grün? Weil die Toca und ich schon weg ist. So, jetzt. Mach mal hier. Wie geht die Karte? Also wie geht die Strecke? Sehr eng. Keine Ahnung. Fahren am besten. Ah, shit. Bahnen, hast du jetzt immer eingeschlafen? Ich bin erstmal ne Toca hinten reingefahren. Alter! Alter! Ich hab die Hydranten kaputt gehauen! Alter! Wie muss ich mit dem Ding ja immer ne drehen? Alter! Wie der ich hier gerettet ist. Alter! Verschwinde! Alter! Wer ist der erste jetzt? Wer ist der erste? Wer ist der erste? Ich bin gerade in die ersten Kurve irgendwo gegen gefahren und wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her geflogen mit dem Teil. Was ist denn da los? Oh! Obwohl die Guy-Ray wahrscheinlich auch... Ich schnatz dich steht ja immer noch. Der ist eingeschlafen, hab ich doch gesagt. Der ist noch nie Automatik gefahren, ne? P für... P für Power Tribe! Rammig, Jero! Rammig! Ja! Äh, nicht euer Ernst, dass ihr jetzt ohne mich angefangen habt, oder was? Das ging nicht. Das ging nicht. Das ging nicht lecker. Das ging nicht lecker. Alter! Oh, jetzt hab ich genau... Der scheiß Hydranten! Arsch! Der erste Runde, ey. Ach, ich mag... Aber das sind ja auch nur zwei oder drei Runden. Also... In einer Minute geht's ja wieder das nächste an. Jero! Unser Störer, hast du einfach die Hydranten kaputt gemacht. Hab's genau gesehen. Vandalismus hier! Alter, ihr... Komm ja nicht auf alles! Wie soll das denn hier? Wir kommen ja direkt hoch, Tobi! Dinger hat aber guten Schatten, ey. Was macht das denn? Da bist du mit der Geschwindigkeit eigentlich klar gekommen, oder? Ja, die Dinger, die gehen schon gut voran. Na, am Arsch, ey! Ich schwitzt's, klar, eigentlich. Ey, Pillow, weißt du? Was ist denn? Du, du, du bremst ab und machst du die Handbremse und kommst doch nicht vor das. Huääääää! Ja! Alter, ist das ne Dreckskarre, ey. Wie viel war das, Alter? Das trau ich mir auch auf jeden Fall hier. Das trau ich mir davon. Das wird mein neues Gangfahrzeug, ja. Ey, der gibt's voll die ganzen Bremsen, nur mal so als Tipp. Für den Kleinen, der gibt's auch mit Koffer auf dem Dach und so weiter. Was, mit Koffer auf dem Dach? Ja. Ja? Dann ist der Koffer hier größer. Mensch, da brauch ich ja gar nicht weiterfahren, dann kann ich ja gar nicht hier so stehen bleiben. Am besten im... Boah, was ist denn das für ne Scheiße? Auf einmal rutsch ich hier links-rechts, ey, was ist denn das? Jetzt hätte ich hinten einen Anhänger dran. Fahr einfach. Mach mal so einen smarten Anhänger-Kupplung. Er raubt die nicht richtig hin. Und das ist das 4-Level-verletzte. Fehlt! Unterm Auslegerfest. Oh nein. Alex, du kannst mich doch noch reinfallen. Nee, kann ich nicht. Ich lieg ja eine Runde schon zurück, wie soll ich denn das bitte machen? Auf der nächsten Runde immer noch. Ich weiß nicht, der ist selbst gefahren. Ja, wenn ich ein Ramm... Ramm will. Aber wie der weggeflogen ist. Au, au, au. Er holt gar keinen. Er schafft es. Bleib jetzt hier stehen. So. Zeig den Mittelfinger! Zeig den Mittelfinger! Gebt nicht, weil wir keine Ersatznamen haben. Der Mittelfinger gilt als Waffe in Amerika. Deswegen ist der... Hahaha! Wie stört ihr dich mit dem Mittelfinger, der verdammt ist? Ja, das provoziert die Leute. Rasten aus alle aus. Mit dem Mittelfinger kannst du Augen ausstechen. Wir haben dich auch lieb, fresh. Wuchteln! Hallo! Hallo! Guten Abend! Guten Abend! Guten Tag! Sehr gute Map, sehr gute Map. Rerace! Rerace! Kartoffel, du bist reingekommen gerade. Jetzt? Hier? Hallo? Ja, hallo. Okay. Sind der es gerade? Ich wollte keine Ersatznamen haben. Können wir einmal die Karte fahren? Sprünge, Sprünge, Sprünge? Die ist geil! Hat die jemand markiert? Die habe ich mal mit... Die habe ich 30 Leuten gespielt. Die würde ich gerne mal... Ich weiß nicht welche ich habe. Ich habe die noch nie gespielt, deswegen... Die ganze Map ist gelb. Okay. Ah... Hey, ey. Supersportlich, boah! Du kannst direkt starten. Du kannst direkt starten. Gut. Perkes. Warum habe ich das höchste Level hier, ohne Scheiß? Das ist total ein Mist. Das ist doch gar nicht. Axurian hat ein Hörhaus. Ja, stimmt. Warum ist er überhaupt immer noch dabei? Welchen Nähmler? Ich bin nicht der größte Suchter hier. Jeder nimmt, was er will. Ja, jeder nimmt, was er will. Oha! Was ist denn hier los? Jeder nimmt, was er will. Wo sind wir denn hier? Ja, aber... Wir sind hier nicht mehr in der DDR, wo hier ausgeteilt wird. Jeder kriegt seinen Trabant. Tolkien setzt direkt mal in den Trabant. Ja, aber erst nach 20 Jahren. Du musst die Anträge ausführen. Viro, kein Cash heute, ne? Ne. Ja, kommt heute. Da wird auch noch ein Tori am Tor gesetzt. Ich habe mich zu wenig nach genauer gesehen. Wobei, ich würde gerne einfach mit eigenen Fahrzeugen fahren, denn ich habe die geilste Nackierung für meinen T20. Ich kann es im freien Modus zeigen. Ich habe nur Sportwagen. Da ist eine ganz vorne Torqui wieder mit seinem T20. Ne, ich bin ganz hinten. Na, Pillo ist es. Ja, hör auf mich zu drehen. Ich zeige ruhig. Achso, das war der. Hau ab. Ach, gut gemacht. Oh, 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 oh. Ich muss nicht das Rennse fahren und da kommen mir Fahrzeuge entgegen. Das ist unglaublich. Alter. Oh, Meereskartoffel, ey. Verziehe ich. Alter. Du musst dich am Anfang direkt absetzen, sonst hat man verkackt hier. Nein, 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 hör auf, hör auf. So, hör auf. Ist denn der Rosane da? Ach, er hat alle Rosane hier. Nicht alle. Ah, soll den Hero wirklich schütten. Nein, ich will es nicht. Oder auch nicht. Kommt mich doch nicht, wir sind ein Team. Alter Pillo. Ich habe dich nicht mal berührt, du hast mich gerannt. Du willst eigentlich... Das klopft, ihr seid auf den hintersten Plätzen. Geht mal nach vorne und da rauf. Ich habe mich auf die andere Spur gedrängt. Ich habe mich auf die andere Spur gedrängt. Hero, habe ich dich gerade in die Wand gedrückt? Du bist der Letzter, irgendwie. Ich lasse dich vorbei, du... So. Ich räume jetzt von dir... Die Alten seid ihr eigentlich. Mach mal die Armut an, dann springen Haftbomben überall rum. Ja, scheiß. Nicht Letzter, oder was? Nein, ich bin Letzter. Ja, sehr schön. Ich meine, jetzt überholt er auch noch. Was macht jeder? Wow, das war so knapp. Toki, das war so knapp. Wow. Wer fährt da in Gegenverkehr? Nein, der titscht da vorne mit. Nicht nett. Alter, die... Hahahaha. Ich habe das Ding, das Ding gekriegt. Wie geil war das denn? Ich wollte Toki gerade wegraben, weil er hat sich gehört. So ist die Pumse das gut. Warum kommen wir doch auf den letzten Plätzen weg? Du bist so Händler. Windschatten nach vorne ist hier! Ihr seid eigentlich nur strunzendämlich! Sorry! Das ist ja nix Neues! Nein! Sorry, weil ich auf Tia nicht nach vorne gerutscht bin, aber ich wurde von hinten gestoßen. Kein Problem! Und ich steh eigentlich auf Stöße von hinten. Du wolltest... Ich stoß gern von hinten! Hey! Wir müssen doch mal was zusammen machen, Pillow! Auf jeden Fall! Dann kommt er! Zieht vorbei! Ich steh eigentlich nicht letzter! Überhör mich einfach in der Ruhe! Überhör mich einfach in der Ruhe! Scheiße! Ja, das ist okay. Eben das, was er verdient. Meine Dickenlieb! Geht rechts um, ne? Ups, sorry! Oh, nur Tracker! Oh nein! Es gibt sogar keinen Windschatten mehr hier auf einmal! Vielleicht noch jemand! Ja, ich dacht's mir schon! Ich bin linkt in der Natur! Eee! Eee! Schön mit dir! Das ist das... Das ist doch ne Problem! Der Liederst- Wow! Wieder letzter Wind! Du weißt, wo es jetzt hingeht! Du weißt, wo es hingeht! Du weißt, wo es hingeht für dich! Ich will euch machen! Ich kann mir jetzt nirgendwo mehr Windschatten holen, das ist bisschen kacke! Alter, lass es doch mal sein, Mann! Ey, du fährst doch mal an mir vorbei! Verstört euch einfach! Verstört euch einfach! Ja, ich fahr an dir vorbei! Aber ich ramm dich nicht zurück! Nein, du verkommst mich auch! Mann! Ey! Und chill! Und chill! Aus, Mann! Nein! Du hast nur ein Spiel! Verdammt! Der heißt Verkehr ins Krach, Leute! Ja, kein Gegenverkehr da! Ne, Verkehr ohne Mitspieler ist ja langweilig! Ich bin über diese verdammte Brücke! Verkehr! I like Verkehr! Binschatten, danke! Nein, ich hab mich gedreht! Geh weg da! Geh weg! Ich war so gut, aber auf! Nein! Da ist die Kurve! Ich bin sofort abgeschlagen! Das ist nicht an, als würde durch ein Kissen! Ist ja auch Pillow! Ich bin wirklich! Du kriegst keinen Windschatten von mir! Doch, hab ich! Nein! Hey, mega! Ja, das war super dumm! Das war super dumm! Alter! Ja, das war super! Ja! Alter, das war doch mega geil! Okay! Ich hätte doch klappen können, wenn du mich nicht vorne an der Ecke erwischt hättest! Auch wenn ich jetzt... Ach komm! Schaff ich's noch! Schaff ich's noch! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Wer auch immer da hinten den dritten... Ja! 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 Ich hab noch nicht mein Ziel! Ach schade! Ich hab nicht mehr gelegt! Das war krass! Oh! Wieder ein Krampf! Aber wenigstens bin ich letzter geworden! Hauptsache der letztes Brach! Wolltest du eigentlich jetzt Listener holen! Warte, warte! Ich hab's noch! 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 5.000 5.000 Meine Wettbewerb ist wieder draußen Wir alle 76 So lauf ich übrigens auch in Rüdiger Ich stell mich